Achtsamkeit, haben Sie das schon mal gehört? Ja, einige ist trotzdem schnell erklärt, damit es alle wissen. Achtsamkeit ist praktisch, wenn Sie sich zum Beispiel irgendwelche Gegenstände deutlich länger angucken, als es eigentlich nötig wäre. Zum Beispiel ein Schmetterling am Horizont oder ich habe das mal mit mir selber zu Hause im Selbstversuch durchgeführt. Und zwar habe ich auf meinem Schreibtisch, da habe ich meinen eigenen Kugelschreiber eine ganze halbe Stunde lang vollbewusst angekommen. Und achtsam auch noch, eine halbe Stunde lang. Und so ungefähr nach zehn Minuten, da dachte ich mir, dieses Gefühl, das kennst du doch irgendwoher. Irgendwoher kennst du das und dann wurde es mir schlagartig klar, Mensch, das haben wir doch früher bei der Post immer schon.